Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mütisch Plus. Heute sind wir wieder im danischen Freihafen unterwegs und zwar auf M-Stufe 28. Zu Beginn machen wir hier vor dem Key, bevor der überhaupt losgeht, erst einmal einen Unsichtbarkeitstrank rein, um genau zu sein, Trank des verstummten Zephirs oder so ähnlich. Und damit skippen wir quasi die ersten Gruppen, so dass wir hier im Anschluss einen riesengroßen Pull machen können und dann Damage, 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 Ballern, Ballern, Ballern. Ihr werdet jetzt aber gleich sehen, dass ich hier einen massiven Fehler mache. Erschütterndes Brüllen wurde gezaubert und ich habe trotzdem währenddessen Flammenstoß gehartcastet wegen SKB-Proc und habe mich da interrupten lassen. Das war ein massiver Damage-Verlust und ein massiver Fehler meinerseits. Darf auf gar keinen Fall passieren und sorgt einfach dafür, dass die hier ein bisschen länger leben, als es eigentlich der Fall ist. Nochmal hier Erschütterndes Brüllen, das ist brandgefährlich, haut brutal rein. Vor allem mit den Platzen-Stacks hier, sehr, sehr tödlich das Ganze. Aber das passt, weil hier das auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Spieler sind. Ja, Legendenspieler haben wir hier gefunden. Und dementsprechend bekommen wir das alle hier gehandelt und schaffen es hier zu überleben. Und das ist gut. Und ja, wie gesagt, auf 28 hier drinnen mit verstärkt stürmisch und platzend. Und die erste Gruppe haben wir hier geschafft, den ersten Pull mit BL. Wunderbar gespielt, einfach nochmal hier durch die Pfütze gelaufen. Bisschen lost auf jeden Fall. Aber das ist okay. Und dann laufen wir jetzt hier zurück. Das ist im Prinzip einfach die The Great Push Taktik, die quasi Echo bzw. NA's Last Hope, glaube ich, gezeigt hat. Und jetzt machen das halt alle nach, ne? Ist der Klassiker, die Besten der Besten zeigen es, wie es richtig geht. Und alle anderen machen es dann natürlich nach. Weil es einfach eine sehr, sehr schlaue Route ist. Effektive Route und gleichzeitig auch noch eine relativ leichte Route. Wobei leicht nicht wirklich, weil es sehr, sehr viele Stellen gibt, wo es risikoreich ist. Und wo man auch mal schnell dann den Key depliten kann, wenn man irgendwas falsch macht. Aber das ist hier nicht der Fall. Und wir ballern hier. Also ich mache auch teilweise jetzt hier Single Target, nur mit Pyroschlägen auf den Kunstschützen. Obwohl es hier schlauer wäre, natürlich Flammenstoß zu machen. Für mehr Damage mache ich jetzt auch, weil der Kunstschütze schon so gut wie tot ist. Aber den sollte man halt als erstes töten, damit der einfach nicht weiter rumschießt. Und ich glaube sogar, dass Echo und Co. hier diese Gruppe dann mit in den Boss reingepullt hat. Bin mir dabei jetzt auch nicht ganz sicher. Deswegen haben die, glaube ich, hauptsächlich auch diesen Kunstschützen als erstes fokussiert. Wenn ihr vorher mal hier spielt, fokussiert diesen Kunstschützen weg, damit die Leute zufrieden sind und ihr das Ganze richtig macht. Ja, dann einfach hier Flammenstoß, Flammenstoß, Flammenstoß. Hier passiert nicht viel, weil das halt sehr, sehr leichte Gegner sind. Die können nicht viel. Vorausgesetzt eure Mitspieler können auch sehr, sehr gut spielen, was hier der Fall ist. Und dann seht ihr es hier, es ist relativ leicht und kein Problem. Gut, dann finischen wir hier nochmal. Vier Platzen-Stacks, aber das ist okay. Und der Boss ist auch schon getriggert, weil wir beim Anfang halt das so gespielt haben, so dass wir auch nicht mehr großartig warten müssen. Wir warten trotzdem nochmal kurz, bis die Gruppe hier getoppt ist, denn es kommen hier mal diese zwei Schüsse rein. Von 100 bis 75 Prozent ist das die schwerste Phase hier beim Boss, wo auf jeden Fall Leute mal gerne gewonnschundet werden können. Aber wie gesagt, wenn ihr guter Spieler seid und Death-CDs im richtigen Moment zieht, beispielsweise wenn ihr schon einen Schuss abbekommen habt, und dann kann es halt passieren, dass ihr noch einen Schuss bekommt, falls es so in der Rotation gerade aufgeht, vom Boss her, dann könnt ihr halt gewonnschundet werden, aber ist hier nicht der Fall. Und es ist ja auch nur ein 28er, wurde ja sowieso alles genervt und dementsprechend ist es jetzt nicht mehr ganz so schwer, wie es in der Vergangenheit der Fall war bei einem 28er Freihafen. Und ja, was man hier auch macht, genau die Echo-Taktik quasi. Ich muss jetzt hier auch nicht mehr baken oder so. Der Heilig-Paladin, Xaelia zum Beispiel, ist ja bei Echo mal rausgelaufen. Genau das gleiche machen wir hier auch. Einfach Copy-Pasta. Und ja, alle anderen stehen vorne am Boss. Natürlich verteilt, sodass der Azarit-Pulverschuss immer nur auf einen Spieler geht. Aber das Gute bei der Taktik ist halt, dass alle stehen bleiben können, maximale DPS fahren können auf dem Boss. Und der Einzige, der halt move muss, ist der Heilig-Paladin. In dem Falle hier bei dieser optimalen Taktik. Der Grund, warum man diese Taktik spielt, ist halt einfach, weil es optimal ist für alle Beteiligten. Damit holt man die maximal mögliche DPS raus, weil die DPS-Spieler gar nicht move müssen. Und der Heiler spielt halt das alles. Und ja, wenn er verteilt steht, hier ist auch mehr als genug Platz für vier Leute, dass der Azarit-Pulverschuss immer nur auf einen geht. Und dann heißt es einfach nur ballern, 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 damage, damage, damage. Seine DPS-Rotation optimal spielen für die maximale DPS. Das ist nice. Ich habe jetzt nochmal das zweite BL für mich persönlich gezogen. und jetzt geht es hier auch rein in SKB-Einäscherung erstmal und dann ziehe ich gleich die normale Einäscherung hinterher. Das ist jetzt der Fall. Wunderbar. Und immer schön das belebende Gebräu sofort unterbrechen, damit der Boss sich nicht einmal irgendwie heilt. Wenn ihr nämlich zu langsam seid und das belebende Gebräu nicht sofort unterbrecht und erst irgendwie so eine Sekunde danach, dann kann es passieren, dass er einen Tick abbekommt und sich einmal heilt. Deswegen hier, das wird immer sofort unterbrochen, aber auch da, das sollte auf jeden Fall im Idealfall einfach der Wächter-Truide immer kicken, weil er muss dafür kein GCD verschwenden, wie ein Mage zum Beispiel, ja, weil Gegensauber ist bei uns auf dem GCD, bei Meleys oder Tanks generell nicht. Und ja, dann skippen wir hier die Brücke. Hat auch unser Wächter-Truide gemacht, weil er, glaube ich, Nachtelf-Truide ist, mit Schatten-Mimik. Wunderbar. Und dann laufen wir hier einfach durch. Perfekt gespielt, bisher hin, null Tode. So, dann warten wir hier einfach auf den Tank, und wir essen auch hier hinter dem Haus die giftigen Seifenlaugen, oder wie auch immer die heißen. Und das ist halt optimal gespielt an der Stelle. Und dann gehen wir jetzt hier rein, runter in einen riesengroßen Pull mit dem Ungeziefer-Fänger. Den solltet ihr im Optimalfall fokussieren, wobei gar nicht wahr. Im Optimalfall fokussiert er eher den Caster. Wir haben hier einen Caster in der Gruppe. Und ja, hier muss natürlich Frostschlag unterbrochen werden, gestunt werden, gestoppt werden, wie auch immer. Wasserblitz, so gut es geht, unterbrechen. Hätte ich jetzt hier beispielsweise machen können, aber ich kicke einfach nicht. Gehen einfach zwei Wasserblitze durch. Ist okay, jetzt habe ich mal einen gehickt. Äh, ja, muss man nicht so machen, kann man so machen. Auf höheren Keys ist es dann auch sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall jeden einzelnen Wasserblitz zu kicken. Mittlerweile, aber wie gesagt, Freihafen wurde genervt oder generell Highkeys wurden halt genervt und dann ist es auch mittlerweile auf 28er sogar teilweise egal, ob jetzt da den Wasserblitz kickt oder mal ein paar durchgehen lasst. Solange es sich der Frostschlag ist, der durchkommt, ist alles gut. Auf 28 Freihafen. Ja, dann finishen wir die hier. Ballern, ballern, ballern. Damage, damage, damage. Ausflippen kann man gerne, wenn man möchte, mit Drachenodem, Druckwelle oder Stuntsbetäubungen stoppen. Das wäre optimal. Dann fliegt jetzt der da schon hoch, ne? Auch hier die Echo-Taktik da oben. Die Gruppe wird nach unten gepullt. Mit dem Evoker wird da irgendwas getrieben. Ein paar Spielchen. Ist alles egal oder ist nicht alles egal, aber die Kollegen hier, die machen das alle optimal. Die haben gelernt und geschaut bei Echo und ich muss hier einfach nur eines machen und zwar damage, 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 ballern, ballern, ballern und nicht sterben. Schöne Zeitverschiebung hier, um uns selbst wieder hochzutoppen und auch wenn das hier ein riesengroßer Aoi-Pull ist, bin ich hier derjenige, der einfach nur Single-Target-Schaden macht auf Captain Eudora, denn die muss so schnell es geht sterben und ist nicht optimal für meine Overall-DPS, ja, weil Flammenstoß ist natürlich hier besser, aber ist egal. Dann gibt es hier sofort Hand der Freiheit, Segen der Freiheit vom Paladin, wenn das betäubende Fass auf einen Spieler geht, wovon ich in diesem Falle betroffen war. Das ist optimal gespielt und ja, das ist halt nice, wenn man mit Gamern zusammenspielt. Jeder weiß hier, was zu tun ist und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß dann, wenn der Paladin auch sofort die Hand der Freiheit gibt, bevor der Zauber kommt schon und nicht erst, wenn es auf euch drauf ist und ihr schon betäubt seid im Fass. Das passiert nämlich in niedrigeren Ranglisten sozusagen häufiger, dass die Paladine euch nicht sofort den Freiheit-Buff geben, weil die einfach lost sind und warten, bis ihr gestunt werdet, aber das ist dann auch Damager-Lust und hier sieht man das Ganze mal, wie es richtig gespielt wird. Einfach Segen der Freiheit geben, sobald man sieht, auf wen es ist und dann ist gut. Und man sieht es schon vorher anhand von Schlauigkeit oder einfach mal im Chat gucken, kündigt man auch mal an. Schöne Zeitverschiebung hier wieder, um sich selbst hochzuheilen und dann einfach hier ballern, ballern, ballern. Das sieht gut aus. Captain Eudora 12%, die haben wir gut weggeballert und die ist schon gleich tot. Nice, nice, nice. So, das kommt ja nochmal. Der Kathetschuss oder wie auch immer das heißt. Und ja, jetzt haben wir nur noch hier den Boss, was aber nett macht. Im Prinzip, ich glaube bei Echo war es so, dass Jinji jetzt zwei Gruppen gepullt hat. Aber ich persönlich mache das nicht. Vielleicht haben die damit gerechnet, dass ich das mache. Deswegen bewegt sich jetzt der Tank dahin. Oder sie haben noch auf CDs gewartet von den anderen. Aber ich bin eh so ein Mage, der ein bisschen lost ist und einfach immer seine Kombination auf CD reinzieht. Manchmal sollte man auf jeden Fall ein bisschen warten, damit man seine CDs kombiniert mit dem Evoker CD und mit PI vom Priester. Aber das geht halt auch nicht immer, nur manchmal halt. Und jetzt haben wir hier die Gruppen mit reingepullt in den Boss. Und der Grund, warum man das macht, weil das Zeitersparnis ist. Der Boss macht nicht nur so, hinterlässt dann immer so Bräue, die euch Buffs geben, sondern auch hier das giftige Bräu. Und das ist nämlich diese grüne Fläche dann. Und wenn diese grüne Fläche die Mobs hier berührt, oder der Tank, die quasi da drinnen tankt, dann sterben die viel, viel schneller und das ist ein massiver Zeitgewinn und es saved einfach sehr, sehr viel Zeit. Und deswegen spielt man diesen Pull in High Keys, weil es einfach sehr, sehr effektiv ist und dann alles schneller geht. Und ja, deswegen spielt man dann diesen Captain Raoul, auch wenn jetzt unser Tank hier fast gestorben wäre. Aber den spielt man dann immer mit zwei Gruppen mittlerweile. sobald halt Captain Eudora down ist, zieht man diese zwei Gruppen hier mit rein. Und dann ist gut. Ja, der Boss ist tot. Sehr, sehr stark. Bis hierhin weiterhin keine Tode. Wir haben aber auch nur noch 18 Minuten und 40 Sekunden auf der Uhr. Also generell in Freihafen ist der Timer sehr, sehr knapp gemessen, finde ich persönlich. Ist zwar ein kleiner, kurzer Dungeon, aber dauert dann doch schon immer recht lange und ich finde immer, der Timer sieht gefährlich aus in Freihafen, weil der wirklich nicht lange ist und man muss hier wirklich überall irgendwo Zeit rausholen. Gute ist natürlich, dass durch The Great Push wissen wir jetzt, wie die Top Teams spielen und jetzt macht man das halt genauso und dann sind wir auch sehr, sehr zeiteffektiv und schaffen es hier locker flockig in time. Ja, dann stellen wir uns jetzt hier oben hin. Wunderbar, hier ist ein Safe Spot sozusagen, man muss aber wirklich hier vorne stehen und dann wird man nicht getroffen von der Meeresfontäne, nicht getroffen vom Duellanten Sprint oder wie auch immer das heißt, der Ring des Frosts war ein bisschen später, hätte man früher machen können oder auch gar nicht. Mache ich im Prinzip auch einfach nur, weil ich es gesehen habe bei The Great Push und ja, Duellanten Sprint, ja so heißt es, und Meeresfontäne trifft euch hier nicht, deswegen ihr könnt hier einfach stehen bleiben. Das Gefährliche bei diesem Pull betrifft hier wirklich den Tank und den Heiler. wenn euer Heiler und euer Tank, wenn die, quasi die schlechten Spieler sind in eurer Gruppe, dann wird das hier nicht klappen und schief gehen und euer Tank stirbt einfach oder euer Heiler und deswegen ist es hier ein sehr gefährlicher Pull, hier kann man auch mal gerne den Key depleten, aber zum Glück hier auf diesem Level wissen alle oder zumindest der Tank und der Heiler, die wissen, wie man das spielt und sind gute Gamer und retten das hier somit so ein bisschen und ja, Schattenpriester und ich, wir müssen einfach nur Damage machen, meinen Damage vielleicht ein bisschen niedrig hier, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, wenn ich von Anfang an auf den Rudacher gegangen wäre, aber das war auch hier, glaube ich, das zweite Mal überhaupt, dass ich diesen Pull gespielt habe und da war ich mir auch teilweise unsicher, ob man überhaupt hier springen darf, aber ja, man kann hier die ganze Zeit auch konstant springen, auch wenn man hier oben steht, das macht nichts und das weiß ich dann auf jeden Fall für die Zukunft, weil da geht auf jeden Fall ein bisschen mehr DPS als das, aber Schattenpriester generell, ich glaube auch, der Meeres war erste oder vor Jinji bei diesem Pull teilweise, von daher alles gut und ich spiele ja eh noch so ein bisschen defensiver, zum Beispiel spiele ich nicht mit der Elementarschleife, was durchaus eine Möglichkeit ist, sondern mit, ähm, Schattenflammen, Shit und Sporenmantel, ich glaube Elementarschleife ist schon besser, wenn man so einen riesen AOE-Pull da macht im Vergleich zu anderen Dingen oder zu der anderen Verzierung, die ich benutze, die ist eher nur so für Single-Target-Schaden bei Boston ganz gut, ja, dann geht's jetzt hier rein, riesengroßer Pull, ich hab vielleicht ein bisschen früher in den CDs gezogen, weil ihr seht, der ist noch am Pullen und jetzt fliegt erst der Evoker los, also wieder ein bisschen früher in den CDs hier reingezogen, aber ist okay, jetzt hier auch fast oder teilweise Ludwig gepullt, das war brandgefährlich, ich weiß auch nicht, ob er jetzt schon Ludwig pullen wollte, vielleicht hat er den auch gepullt, weil ich da so krass in der Nähe war von Ludwig oder weil ich den schon gepullt habe, aus Versehen, keine Ahnung, ansonsten Frostschlag müsst ihr hier unterbrechen, sehr, sehr wichtig und ansonsten ist es hier einfach nur Damage, 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 Ballern, Ballern, Ballern und nicht zu vergessen, nebenbei die ganze Zeit ausweichen, hier kommen schon viele, viele Fähigkeiten auch auf den Boden, ja, vor allem weil wir Ludwig noch gepullt haben, Bodenerschütterung ausweichen, die Panzerpraller ausweichen, dann den Brockenwurf von diesem Zermalmann der Eisenfluträuber ausweichen, das sind auch Riesenflächen, das ist hier schon ziemlich voll, dann noch die Panzerpraller, die hier rumfliegen, da muss man schon gut ausweichen und nebenbei maximalen Schaden blasten, weil wenn diese Gegner zu lange leben, wird irgendwann euer Tank sterben, weil die auch schon gut reinhauen, also so ist es nicht und klar, sobald halt einer mal nicht ausweicht und irgendjemand rumfällt, ist es direkt gefühlt vorbei, weil ihr dann einfach überrannt werdet und es nicht mehr zu viert schafft oder so ähnlich und ja, deswegen ist es auch wieder ein sehr riskanter Pull, wenn er natürlich gut geht und alles glatt läuft, dann ist es ein massiver Zeitgewinn, aber wenn nicht, kann es auch mal schneller Deplit sein, deswegen ist diese Route zwar die beste, die es anscheinend jetzt mittlerweile gibt, aber halt auch sehr, sehr riskant und ich würde fast sagen, in 820er Freihafen kann man wahrscheinlich noch ein bisschen sicherer spielen, aber klar, die wollen halt hier schon 29er und 30er Freihafen, wenn nicht sogar 31er Freihafen timen und dann müssen sie logischerweise diese Route spielen, um das einfach zu üben, zu trainieren, weil es halt einfach der richtige Weg ist, in noch höheren Keys so zu spielen. Ja, ansonsten hier ballern, 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 der Mensch, der Mensch, der Mensch macht jetzt hier auch teilweise wieder die Single-Target-Rotation einfach auf den Lootweg, damit das RP schon mal triggert und die zermahlen mal, die finishen wir dann danach weg, das ist ganz gut, weil ihr seht, Drohtag dauert jetzt 30 Sekunden, bis er erst vorbeikommt, aber ist ganz gut, so lange kann man noch die Zamalma hier finishen und ja, meine DPS würde ich behaupten ganz vernünftig hier bei 480.000 DPS immer noch, also bei diesem Pull habe ich gefühlt mal ganz gut geballert, glaube ich zumindest und ja, dadurch, dass wir jetzt hier RP haben, spielen wir sogar noch diese Gruppe, ich glaube Echo hat diese Gruppe nicht gespielt, weil das Problem ist halt bei dieser Gruppe, wir haben hier einen Happonierer, der Schwarzwasser Korsaren und diese Happonierer, die willst du in High Keys vermeiden, weil die euch halt ranziehen und euch One-Shotten können oder die One-Shotten euch safe in High Keys, vor allem, wenn ihr halt dann irgendwie in Flächen reingezogen werdet oder so, deswegen ist da auch ein Totenkopf drauf, hätte man vielleicht schneller Single-Target kombassen können, aber Flammenstoß ist ja auch fein gewesen und jetzt seht ihr es, der Happonierer ist tot, jetzt geht keine wirkliche Gefahr mehr aus von den restlichen Mobs und die restlichen Mobs sind sowieso ganz nice, damit der Schattenpriester die schön dotten kann und dadurch mehr Boss-Schaden macht auf Drotak. Ich als Mage mache jetzt einfach nur noch Single-Target-Boss-Schaden auf dem Boss, weil die Ads, gut, die kann ich benutzen und für versengen, mache ich hier auch teilweise, aber die Ads sind primär da für den Schattenpriester, damit der durch die mehr Single-Target-Schaden auf dem Boss macht. Und ihr seht es hier gerade, sogar der Wächter-Troid drückt hier gerade mehr DPS als ich. Das ist schade, aber das wird sich gleich ändern, denn jetzt haben wir die Combustion hier ready bekommen und jetzt heißt es ballern, ballern, ballern in den Drotak rein, während wir die Haie die ganze Zeit kiten und ja, das ist auf jeden Fall so die Aufgabe des Verstärkungsrufers oder Heilers, die Haie hier zu kiten. Der Schattenpriester und ich, wir müssen uns konzentrieren auf Damage machen für maximale DPS auf dem Boss und die Haie werden gekitet vom Heiler oder vom Verstärkungsrufer und alle anderen halten sich einfach von denen fern. Ja, und dann sieht das hier gut aus, immer noch keine Tode. Sehr, sehr sauber hier das ganze Spiel. Man muss aber wirklich auch dazu sagen, diese vier Typen, mit denen ich hier zusammenspiele, ich habe die zwar random gefunden über das Tool, aber ich glaube, die sind zu viert im Discord. Und, ja, dementsprechend sieht das auch schon teilweise sehr, sehr clean hier aus. Der Einzige, der so ein bisschen hier sogar trollt, bin eher ich, weil, wie gesagt, beim ersten Pull nicht gut gespielt, unterbrechen lassen vom erschütternden Gebrüll, das sollte nicht passieren in Highgives. Und zum anderen ziehe ich teilweise die Combustion zu hart permanent auf CD rein. Ja, da verliere ich glaube ich auch dann ein bisschen DPS, weil ich manchmal nicht auf die PI warte oder auf den Atem von unserem Evoker. Das kann man noch ein bisschen besser synken und genau das machen die teilweise auch in den richtig hohen Teams. Was wir hier jetzt nicht machen, unter anderem auch ja, durch mich halt geschuldet, ne? Ja, ansonsten hier, ne? Ballern, 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 der Mensch, der Mensch, der Boss dauert schon lange, also genau deswegen muss man halt davor bei diesen ganzen anderen Puls so viel Zeit gut machen, weil die Bosse halt wirklich lange dauern und ihr müsst bedenken, dass nicht mal tyrannisch hier, sondern ja wirklich fortified verstärkt. Da haben die Bosse ja schon weniger Gesundheit, aber es dauert trotzdem Ewigkeiten und der aber sieht gut aus. Er stirbt jetzt hier und wir haben noch über 10 Minuten dann gleich Zeit für die letzten 6% und für den letzten Boss. Also Timer ist sogar mehr als fein. Wir sind richtig gut in der Zeit. Was jetzt ein bisschen bitter ist hier, dass wir diese Gruppe da, also wir sind hier ein bisschen lost. Ich hätte einfach rechts vorbeilaufen können, aber hab mich nicht getraut und jetzt mach ich gleich einen massiven Fehler. Ich will einfach so vorbeilaufen, weil ich da vorne sehe, der Priester ist vorbeigelaufen, aber mit Verblassen auch noch. Ich seh das auch, aber ich denk mir dann so, kann man glaube ich trotzdem vorbeilaufen, aber nein, es reicht nicht. Ich geh dann in die Unsichtbarkeit, aber die Unsichtbarkeit brauch ich eigentlich auch für den letzten Pull gleich. Aber die hab ich jetzt nicht mehr und da hab ich ein bisschen getrollt auf jeden Fall, weil ich schnell einfach durch wollte. Wir hätten glaube ich auch auf jeden Fall schnell durchgekommen, wenn wir direkt einfach losgelaufen wären. Jetzt merke ich's auch, dass ich keine Unsichtbarkeit mehr gleich habe für diesen Pull und entschuldige mich schon dafür. Lösung wäre jetzt beispielsweise eine Minute oder so zu warten, bis sie wieder ready wird, weil wir haben ja erst genug Zeit. Aber die sagen, dass wir das nicht brauchen und der Priester macht einfach Melt, also Schattenmimik. Ist anscheinend auch ein Nachtelfpriester und ja, dann ist er gut, Glück gehabt, ne? Ja, ansonsten, ich hab mich hier schon mal auf das Expeditionsjagd gestellt. Da können sie dann einsteigen, damit wir jetzt hier skippen können. Ja, ich bin hier noch ein bisschen lost, aber dann bin ich da auch hingelaufen. Perfekt. Hab das halt auch noch nicht so oft hier gemacht, diese neue Route. Da ist man halt teilweise noch ein bisschen lost, aber mittlerweile weiß ich natürlich, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr seht, was hier passiert ist. Ihr müsst erst die Gruppe vorm Boss pullen. Während ihr die gepullt habt, wird der Boss gepullt. Dann resettet der Kollege Priester oder der Mage mit Unsichtbarkeit oder Schattenmimik und dann hat man nur den Boss gepullt und der Trash, der kommt nicht. Ihr müsst es halt immer in der Reihenfolge machen, dass ihr erst den Trash pullt, dann den Boss pullt, während der Trash gepullt ist. Übrigens auch massiv getrollt, ein Kanonensperrfeuer gefressen, aber da seht ihr auch diese Nerves, ich bin nicht mal geprockt, also Kauterisierung ist nicht mal geprockt. Ich habe einfach so einen Einschlag überlebt. Normalerweise ist es so ein Highkeys, wenn du einmal irgendwo drin stehst, direkt One-Shot, aber mittlerweile, wie gesagt, es wurde alles auch mittlerweile 28er-Kies. Ja, dann haben wir die Gruppe hier gepullt. Wir spielen uns auch ein bisschen umgekehrt, nicht so wie Echo, ich glaube Echo hat auf der anderen Seite gespielt. Wir spielen die hier. Kann man machen, kann man eigentlich hier besser spielen, weil man dann besser die eine Gruppe da pullen kann. Und ja, man spielt halt die eine Gruppe hier mit dazu, um die letzten Prozente voll zu machen. Das Einzige, was gefährlich ist, ist halt die Meeresfontäne. Normalerweise am besten wäre es, wenn man zusammensteht und zusammen wahrscheinlich ausweicht. Und ja, schmerzhafte Meditation habe ich hier auch teilweise unterbrochen, gestoppt. Ich glaube, das will man absichtlich durchgehen lassen sogar, damit die sich selber schneller töten, die Mobs. Aber ich habe es einfach die ganze Zeit gestoppt. Ja, ansonsten, das Add ist noch so ein bisschen nervig und problematisch, aber eigentlich sehr, sehr leicht. Ich habe extra dafür Ring des Frost geskillt. Und ja, dann kann ich immer mal wieder ein Ring des Frost auf jeden Fall machen, vor dem Add oder halt einfach mit Frost Nova. Und das Wichtige bei der Taktik ist natürlich, dass er hier sehr, sehr gut ausweicht und sobald dann die zweite Phase beginnt, ab 60% circa oder nach 60%, was gleich der Fall ist, erstmal noch ein Add hier. Ring des Frosts geht raus für das Add. Ich finische jetzt auch so ein bisschen den Ruderer, weil gleich kommt die gefährliche Phase. Ja, Meeresfontein nämlich hier nochmal, das ist schon ein bisschen gefährlich, wenn er dann noch in dieser Phase lebt. Zu lange der Ruderer, den sollte man schon finischen vor 60% am besten, würde ich empfehlen, weil jetzt wird es ein bisschen schwieriger, der Boss, vor allem wenn man hier spielt und ja, mit Kanonensperr, Sperrfeuer dann zusammenlaufen. Das ist hier auch nicht optimal gelaufen, aber so kann man spielen. Man muss hier auch aufpassen, rechts im Bild, nicht die Gruppe pullen. Die stehen ja hier immer noch. Man hat ja nicht allzu viel Platz mit dieser Taktik. Hier kann auch sehr, sehr viel schief gehen, wenn man Lost ist und Panik, äh, Panikt und in ein paar Gruppen ist es oft so, dass die Leute nicht genau wissen, wie diese neuen Taktiken funktionieren und dann das komplett Lost spielen und dann ist es wahrscheinlich nicht so schlau, diese Route zu spielen, weil es halt auch mit sehr, sehr viel Risiko verbunden ist. Aber ja, wenn man es clean spielt, ist es sehr, sehr leicht. Das Add eigentlich immer einfach dahin C10 mit äh, Ring des Frosts und der Droide sagt jetzt hier, ich soll BL ziehen. Anscheinend jetzt schon, weil ich habe PI bekommen, deswegen ziehe ich jetzt einfach rein. Ich wollte eigentlich noch vielleicht warten bis 30%, aber ist fein. Wir gehen jetzt einfach hier rein und, äh, ballern hier einfach das Ganze weg. Ja, das Add kommt jetzt hier nochmal, aber kein Problem. Ring des Frosts rettet uns. Eiskalt auch einfach mal gedrückt. Voll, äh, voll dumm eigentlich. Voll zum falschen Zeitpunkt, weil gerade kam eh kein Schaden mehr rein. Und jetzt einfach hier ballern, ballern, ballern bei 30%. Wenn ihr da alle CDs ready habt, dann ballert ihr den Boss in 0,5 weg, weil er 100% mehr Schaden erleidet oder 50% mehr Schaden. Und ihr seht hier, der Boss ist tot. Wir haben noch über 5 Minuten, na, jetzt nicht mehr über 5 Minuten, 4 Minuten, 55 Sekunden, aber wir haben noch irgendwo 1% vergessen. Das war ein bisschen, äh, glaube ich, nicht geplant. Deswegen jetzt einfach hier einen Totenkopf gesetzt. Nochmal hier schmerzhafte Meditation wollte ich unterbrechen, aber daneben gekickt, Lost, weil schlechte Namensplaketten, Einstellungen. Und ja, aber war eh wahrscheinlich besser, es durchgehen zu lassen, damit er schneller stirbt. Und ja, noch richtig viel Zeit auf jeden Fall gehabt, aber leider nicht plus 2. Wäre auf jeden Fall auch drinnen gewesen, den auf plus 2 zu timen. Aber ist okay, plus 12 Punkte gehabt, das Ganze hat gut geschmeckt. 317.000 overall TPS, sehr, sehr gut hier geballert, auch vom Schattenpriester generell, brutal gute Legendengruppe erwischt. Und ja, wenn es euch gefallen oder geholfen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut da rein, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.